ich bin auch wieder da die wix haben doch schon wieder geteamt unter dem helikopter zwei letzten einen habe ich noch erwischt aber ich muss die deckung verlassen der liefer besoffene feld hat mich gestürmt und der andere hielt mich auch von der schone oben das denken verließe natürlich dann ein ob ich erwischt aber der letzte hat er mich gekillt so was sie hat mir so langsam immer wieder ja ich habe es natürlich aufgenommen ich habe natürlich jetzt schon ein paar mal videos eingeschickt war noch nie was und seit du raus ist vermehrt wieder ja logisch aber scheisse letztes mal habe ich auch noch beide erwischt aber es ist einfach mühsam ja Ach, könnte ich eigentlich Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, die ganze Zeit wieder attempting to reconnect, was soll das? So lange Ruhe? Ich schließe das Spiel die ganze Zeit seit dem Update. Das hatte ich früher. Ich schließe das? Ich schließe das? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Spectator Mode. Du bist auch immer zwei Zentimeter daneben, also vielfach, wenn man zuschaut. Ja, das gibt es auch. Darum gibt es keine Devcam. PUBG hat genau dasselbe Problem. Die sagen den Leuten auch, zieh doch weiter rüber, zieh doch weiter hoch. Wenn du den Stream anschaust, war genau drauf. Also bis zu zwei Zentimeter haben wir dann mehrmals gesehen, dass es nicht stimmt. Ich verliere die ganze Zeit Frames. Aber weiter runter. 45%ige CPU-Auslastung. Ah, das ist 99k. Besser findest du nichts ausser der Trade Ripper. Das kostet dann gleich wieder über 1.000. Und meiner kostet schon 650. Es ist eigentlich dasselbe wie der 9700. Einfach, dass der 9708 logische Kerne hat und keine Hyper-Treats, oder? Von der Geschwindigkeit her, sind die fast gleich. Meine Taktor etwas höher auf zwei Kerne im Turbo. Aber grundsätzlich zum Spielen ist der 9700 und der 9900 sind die gleich. Der 8700, da stimmt dem eigentlich auch nichts. Das ist meiner Frau wieder besser beim Videorendern und solche Sachen. Aber im Spielen selber merkst du eigentlich keinen Unterschied. Wenn du gleichzeitig streamst, dann hast du etwas mehr Platz nach oben. Irgendwas passt nicht bei mir in letzter Zeit. Seit ich von den Ferien zurück bin, passt irgendwie was gar nicht mehr. Zeitweise kann ich in 2K streamen. Ruckelt eigentlich fast gar nicht, sieht gut aus. Ich habe auch schon gesagt, auf YouTube habe ich wenige Probleme. Das ist was hinbekommen. Also was wir wissen, dass OB erst ein Problem hat mit DirectX12. Aber ich müsste es ja anhaben. Darum habe ich jetzt den Xplit ProCaster genommen. Das lief und zwei Tage später fing es ja auch an. Ich kriege es noch nicht durch. Schau es jetzt auch mal den Stream laufen. Schau es mir nachher mal durch. Heli. Heli. Ja, ist auch wieder da. Ja, wir sehen ihn einfach im Killfeed immer wieder. Aber seit dem Release hat es wirklich ganz viele neue Spiele. Macht noch Spass. Noch ein weiteres Auer. Ja, wir sehen ihn einfach. 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 das ist geil jetzt habe ich doch aus der Kiste noch die farbige M4 bekommen jetzt habe ich alle bis auf die Großer was bekomme ich aus der Blue Trades First Blood natürlich die Großer wie das Spielmehr sagen komm komm spiel nur dann als sie permanent gib Geld aus ich habe schon 20 ausgegeben 25er bis ich die hatte das reicht mir mal Rabenstadt das das Ich sehe sie. Hat hit. Wo ist die Smoke hin? Jetzt habe ich kurz den Smoke gesendet, ist sie weg. Ich wollte die pushen. Ich wollte die pushen, dann der Garage. Hat er Spass oder schiesst sie auf uns? Da sind sie. Habt ihr beide? Ich habe auch einen. Weiter hinten sehe ich nicht. Weiter unten. Zwei sind unten und eine ist da. Ja, ich muss mich heilen. Ich habe auch einen Herder verpasst. Von oben schiesst. Ah, ja. Genau. Der mich abhämt. Da schiesst du auf mich. Ja, da ist noch einer. Oh, noch zwei. Schön. Pass hinten auf. Der schießt da von weit oben in die Garage hinein. Da ist noch einer. Ich glaube, der hat den Namen geändert. Ich glaube, der hat den Namen geändert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Hügel waren auch extrem. Ich konnte gar nichts machen. Ich musste in die Halle. Ich wurde von oben in den Beschuss genommen. Ich hab mich schön aufgemt. Oh. Vielen Dank. Ciao. vier teams alle schon da gewesen einer alleine da hinten bis zum nächsten Mal Ich habe auch noch eine, keine Ahnung, wo dahin ist. Ah, da klebt sich einer hoch bei mir, da ist er, ja noch einer, da, super. Ja, genau. Die andere kommt auch. Ja, genau. 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 Vielen Dank. Happy Glück. Happy Glück. Happy Glück. Happy Glück. Happy Glück. Happy Glück. Nicht gleich übertreiben. Nein, 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 nein. Ist weit weg. Insel in jede Richtung oder? Schon lange kein U-Boot mehr gefahren. Die Jungs kenne ich nicht, aber die passen mir nicht. Ich suche nach Leuten im Steam-Forum. Ja, die SR Arminia & Co. ist auch da. Ich verlasse euch mal. Was machen die Steine hier? Kann man nicht mehr tauchen? Ja. 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 Ja, das ist genau bei mir. Ja. 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 Ja, genau bei mir. Komm, ich spiele Wasserball. Zwei, nix, die ist weg. Ich sehe gerade, ich habe erst ein Heilpaket, das gefällt mir gar nicht. Ja, kein Platz, alles für Munition. Ui, wow. Ich habe eins. Ich habe jetzt drei. Eins liegt noch hier. Sechs, fragst du jetzt noch was? Ja, hier liegt noch eins. Ich habe drei. Ja, hier liegt noch ein Holo. Hier ist ein Stock. Hier ist ein Red Dot. Hier ist noch ein Vierfach, juhu. Aber ein Griff ist ja nicht schlecht, sehe ich gerade. Hier ist noch ein Red Dot. Wieder braucht es niemand. Ja, hier ist noch jemand. All right, I'll pass dir einigermaßen. Ja, hier ist noch jemand. Ich habe noch gerne einen Griff für meine Augen. Hier ist noch ein Heilpaket. Ich levin noch ein. Öffnet. Jetzt könnten Sie wieder fünf diferencia nachher. Ich sehe. Ich finde es. Ich levin und das ist ohne Tap taps. ich bin schon weiter noch ein Heilpoket ja ich höre es ja die Handoptik ein weiteres Auer braucht niemand mehr zweifach für dich brauchst du noch eins Dani ich habe ihn zweifach abzugeben ich habe ihn einschaffen ich bin schon wieder Doch mal ein Auge drin. Nein, nein, ich hatte schon einen. Tschüss. Ja, 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 ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann ist noch einer. Schön. Da schießt einer. Das ist der von oben. Ja, wir müssen so, ne? Ja, aber der andere Trottel ist immer noch da oben. Ja, der ist da. Ja, der ist geil. Zu zweit, so muss das sein. Achtung, da oben ist noch einer. Auf dem Hügel. Ja, der hat jetzt zwei da. Ja, einer hier. Der ist down. Ja, es waren zwei Teams. Da oben läuft der. Hat es? Ja, hinten Stein. Aber wir müssen da hoch. Ja. Doch, den habe ich gekillt. Doch, doch, den habe ich genockt und du hast ihn gekillt. Aha, so. Darum, okay. Ich möchte ein Heli ins Auge bekommen. Ja. Da unten ist es, glaube ich. Das hat immer noch... Ja. Vielen Dank. 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 Ich habe noch 30 Schuss in der Scheissladung. Ich habe nachher die G28 gefunden, mit ein bisschen Munition und Vierfach. Ich habe aber auch nichts mehr. Kimi? Ja. Ich habe auch nichts mehr. 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 Jetzt wollte ich es aber wissen. Okay. Okay. Das war's. 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 Da ist noch ein Loot Drop. Gehen wir alle hoch, wenn er weit weg ist. Was hat er dann fürs Campen? He 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 he. He he he. Kommt in die Nacht, boom. Ja, ich hab's da. irgendwie von der seite auf jeden fall das doch weiter unten rest vom haus könnte sogar strand oder brücke sein ja da ich habe ihn aber die richtung es ist unter mir ja ja er war scheinlich hey ja passt auf hey hallo ja genau in der smoke drin echt das gemacht hatte auf mich zugekreppelt und gibt mir nieder der was aus von low ja 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 We're going through a deep breath! Er konnte ja nichts mehr haben, dass er nicht da angehen ging. Bom, ich gucke ob der Drex-Wector hoch ist. Ja klar. Ja klar. Durch. Ja klar. 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 Ja. Ja klar. Ja klar. Ja klar. Ja klar. Ja. 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 der punkt dahinten war die nachschluss verschwunden jetzt sind wir bei uns gejoint der weg war nicht wow aber schnell ja ja okay ja 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 Der war ganz oben und da ist er wieder runter in das Haus. Was meinst du jetzt? Ja, aber ich glaube nicht, dass der legend ist. Ich kenne den nicht, aber ich habe so viel mal gehört, dass der komisch ist. Er selber schon erlebt, wie der uns geholt hat. Ja, ja. Knie den Keks, der andere. Knie den Keks, der andere. Knie den Kühlraum im Donut liegt noch ein AR Chalet. Knie den Keks. Der Resort ist auch langsam 0.0 gelootet und jeder weiss nur durchlaufen. Ja, ja. Machen wir eine Bootsfahrt. Da müssen wir aber gehen. Lohnt sich fast nicht mehr. Ich gehe mal in die Garage oben schauen. Weil da am Parkplatz vorne steht ja nie mehr ein Auto in letzter Zeit. Ne, ich habe 3 Retterz. Was? 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 Kannst du haben? Ja. Da steht ein Fiat. Ja, ich habe eins beim Parkplatz und bei der Garage. Ganz unten rechts auf der Karte. Unten rechts und unten links vom Resort. In der Mitte. 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 Ja, wir müssen in die Zone so schnelles Gehütter. Ja, wir müssen in die Zone so schnelles Gehütter. Ja, wir müssen in die Zone so schnelles Gehütter. Ja, wir müssen in die Zone so schnelles Gehütter. Ja, wir müssen in die Zone so schnelles Gehütter. Ja, wir müssen in die Zone so schnelles Gehütter. Ja, wir müssen in die Zone so schnelles Gehütter. Ja, wir müssen in die Zone so schnelles Gehütter. Ja, wir müssen in die Zone so schnelles Gehütter. Ja, wir müssen in die Zone so schnelles Gehütter. Ja, wir müssen in die Zone so schnelles Gehütter. Ja, wir müssen in die Zone so schnelles Gehütter. Ja, wir müssen in die Zone so schnelles Gehütter. Ja, wir müssen in die Zone so schnelles Gehütter. Wollen wir wegtauchen? Ich habe es gesehen, das Beste. Wenn ich das Beste kreier, wird, dass ich das Beste kreier. Ich habe es gesehen, der Beste in den Beste. Ich habe es gesehen, dass wir das Beste kreier und der Beste sind. Ich habe es gesehen, dass es ein Beste ist. Ich habe es gesehen, dass wir das Beste in der Beste im Raum gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Achtung! Ja, aber ich weiss nicht wo die anderen sind. Die Tür ist weg. Der lebt noch da, oder? Ja, der ist da bei mir. Wo ist der andere? Er schießt auf mich. Und da kommt ich. What's it? Oh Gott, zu zweit. Haha. Jetzt kann ich den 700 drin. Ja, ich nehme sie noch. Ja, ich bleib bei der Fall. Brauche ich wenig Aufsetzung. Geht nachher hoch. Richtung Seafood. Geht nachher. Ich habe eine große Tasche. Ich habe nichts. Wieso schlägt mich das zu zerstören? Riechndal. Riechndal. Chad towne. Riechndal. Riechndal. Okay. 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 Bye. Bye. Three-four-f Cherry have I 4-fuck. Das war's für heute. 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 Ah, sorry, sorry. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Drohne Da sind zwei, eine liegt Da sind sie, zwei Ja, meine, meine Nein, nein, da ist nicht der Smoke drin da Die Drohne 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 Canadians Ich hab auch nichts gelesen. Ich hab auch nichts gelesen. Ich hab 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 nichts gelesen. Gehen wir zur Garage hoch Ich brauche jetzt weiter Das ist die Bestie in den Kölnischen Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, wieviel hast du? Ja, wieviel hast du? Das reicht mir. Ja, jetzt hab ich ein grosses, der mittlere. Ja, jetzt hab ich jetzt Schaden genommen. Hä? Ich bin ins Boot eingestiegen. Hab mich ja vor ganz hoch gehalten. Was ist denn jetzt los? Böses Boot, böses Boot. Ja. 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 Oh, das ist schon da. Oh, ho, ho, ho. Ne, 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 die gehen in die Häuser. Jetzt sind sie auch. Hey, sieht das auch so geil aus ohne Räder. Hey. No. Ah, ja, ja. Ich glaube, der ist hinter dem Fels, der ist nicht geändert, aber der trifft. Hey, Achtung, hinter uns, hinter uns. Keine Ahnung, woher der trifft. Keine Ahnung, hinter uns. Keine Ahnung, hinter uns. Keine Ahnung, hinter uns. Ach, scheiße, ich bekomme nochmal Hits. Ist das Team zu, oder? Ich habe nur einen genockt. Ja, wo ist denn der? Auch da oben. Ich habe nur gefinisht. Einen da habe ich erwischt, der ist ausgenockt. Vielleicht noch in der Zone, meinst du nicht? Es schiesst auf jeden Fall. Ich denke es auch. Gabi. Ja. Ah, Dreierhebel, darum hat er es wieder ausgeholt. Seit zwei Wässer ist noch ganz, ich bin gut. Ja, habe ich, ich brauche aber noch mehr. Hier ist noch ein Schallisniper. Nehmst du die Augen, oder wie? Ich habe ein Zwischenziegelpaket, ja. Ah, scheiße, geht's da hoch. Die mit dem Polizeiauto sind auch in die Richtung abgehauen, ne? Ja, zumindest einer, vielleicht zwei. Die anderen zwei waren wahrscheinlich von dem Team, die wir dort auf dem Auto erwischt haben. Das sah so geil aus, wie so ohne Räder, mit der Flammenspur über den Asphalt. Das habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Ja. 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 Die müssen da am Hügel sein, das sie sehen. Ja, in der drüben Seine. Oben ist noch einer, hat's jetzt, muss hier weg. Von unten, achten, von unten schießt's auch. Sehen aber nicht. Ah, wo er trifft mich. Genau, genau geradewegs an der Linie runter, die Zone. Der frissende Nade, Robin. Noch zwei, alle in einer Linie, hinter dem Helikopter. Die kommen. Das war der genachte. Noch einer. Ja. 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 Oh, tschüss. 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 Haben sie die Waffen gelassen? Weniger Leute, weniger Waffen, oder wie? Ah, ja, ok. Zuerst nix, ne? Ich weiß, die mehr Waffen aus ihnen sind, nix. Ha, danke. Ich hoffe, ich finde hier noch sowas. Ja, gehen wir schnell BMX vor anderen. So, jetzt, jetzt beschenken sie mich aber reich. 15, aber 15. Ja, ja, FG 28. Jetzt hier, betreiben sie es wieder. Amidisch. Ja, ich habe 15. Ich werde da inspirieren, ob es das neue B pepperdaten hat. Im Grunde genommen es wohl nicht gut. Ich werde imperialen, mit dem Eingang zu vernehmen. Was liegt hier? Die LOWOCK? AK-15 ist eine gute Wahl. Ah, ich habe eine Zeit lang nur die gespielt, da bin ich wieder auf die LOWOCK und jetzt spiele ich wieder mehr M4. Vielleicht liegt es am Skin. Mir geht es darum, dass ich dann, wenn die auch gegenüber drin liegt, dass ich genug Munition dabei habe. Das ist bei mir eigentlich. Hier liegt noch ein Red-Dot. Du wirst sehen, ich bin schon wieder auf Red-Dot zu. Ich kann ja auch mit dem Holo, aber ich habe lieber Red-Dot. Alles gut, ich habe ja einen Holo drauf. Ich brauche einfach noch was für meinen Rektor. Passt du da drüben schon? Okay. Ich kriege noch ein Heilpaket. Hast du genug Heilung? Eins. Ist auch mitnehmend. Aber die garantiert noch was drauf. Zwei Weste hast du. Hier ist einer. Die kann ich aber nicht mitbringen. Ich lege dir noch ein Heilpaket hin. Das wird ja keiner klauen hier. Oh, aber ein weiteres Meck. Hier liegt noch ein Heilwasser. Natürlich. Ich kann es nicht ein bisschen mit. Ich kann nicht mit ohne Fliegen. chợt her an. Okay. Ich hab mich auch noch schön voll beladen bei den anderen. Hier liegt noch eins. Ja, zwei Granaten, jetzt hab ich noch was gesehen, hier liegt noch eine G28. Oh Gott, ich hab ja Tactical Stock und ein weiteres Magazin, da bin ich voll. Ah, ich kann dir zwei geben. Was meinst du? Ja, dann ist sie schon gelootet. Aha, ja, es kann sein, dass sie nicht spawnt, du musst einfach F drücken. Kann sein, dass du es nicht siehst. Ich hatte auch schon Mühe die zu finden in letzter Zeit. Oh, das liegt noch knapp. Ja, muss ich ja. Da vorne steht ein Auto. Oder? Ja. Nur zwei, ja, scheisse. Okay. Ah, super. Ja, heil du dich hoch. Kannst du ihn abholen, wenn ich mich umheile. Ja. 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 Wir laufen weiter rechts, was machen wir? Wir gehen gleich unter dem Observatorium rein, oder etwas weiter rechts. Die linke Seite hat es vorhin geschossen, ich weiss aber nicht wie weit weg, ob das sogar schon Observatorium war. Hinter uns schiesst es auch. Hey, Achtung, Achtung, zwei Autos, genau von uns. Was soll in der Nähe sein? Oben, ganz oben, wie immer. Gucken wir runter. Ja, ja, doch, hier. Ich habe hier noch... Ja, aber wenn ich einen loote, dann... Ich habe keine fünf Waffen mehr. Ich habe eigentlich auch zu wenig sieben reingesteckt. Ich habe jetzt noch 139 zum Nachladen für zwei Waffen. Ich habe noch eine Wegtung mit Vollmonition. Das sind wir ja auch schon红mungen auf. Die ganze Nacht, was ich in der Nähe von der Nähe von Sieg, das ist bei der Nähe von der Nähe von Sieg, der sich gut sicherlich geprüft aus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Yeah. Yeah, I'm dying to die. Ach, wahrscheinlich. Ja, so eine vierte Siege in Folge wird das viel verlangt. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020